Nach eineinhalb Messetagen hier bei der Intertool in Wels kann man schon sagen, dass der Standard Wels ein Erfolg ist für diese Messe. Wir von Zoller sind jetzt mit den ersten eineinhalb Tagen sehr zufrieden. Wir hatten sehr viele hochqualifizierte Besucher, auch die Qualität und die Quantität war sehr gut und unser umfangreiches Produktportfolio ist bei den Besuchern sehr gut angekommen. Sehr viele unserer Kunden haben uns hier besucht und wir freuen uns sehr über den Erfolg dieser Messe.